Jetzt bin ich sehr gespannt, was sich für unsere Schulkollegen ausgedacht haben. Ja, ich auch. Schauen wir doch einfach mal rein. Hallo, mein Name ist Christoph. Und mein Name ist Erwin. Und heute zeigen wir euch unseren Wort und unseren Nachmittagsbetreuung. Das hier ist unser Computerraum. Hier können wir Online-Übungen erledigen und für Hausaufgaben im Internet recherchieren. Erwähnt aber auch als Ruhe mit uns, indem wir unsere Hausaufgaben machen können. Aber wir lernen nicht nur. Wir spielen auch sehr gerne und haben dazu genügend Möglichkeiten. Das hier ist unser Hauptraum mit unserer Küche. Hier holen wir unsere Getränke und unser Essen, um sie anschließend zu genießen. Nach der Messe haben wir hier die Gelegenheit, unsere Hausaufgaben zu machen. Dabei werden wir von unseren Lehrern betreut.